Musik Schönen guten Tag, ich bin Reinhard Rohan, ich komme aus Halle und bin heute mit Rüdiger Paul hier nach Salzwedel gefahren. Wir wollen sein neues Buch vorstellen, er ist der Autor, ich bin der Verleger des Buches, das Buch heißt Absitzen, jeder kennt vielleicht diesen Begriff, was es bedeutet abzusitzen oder sich absetzen. In dem Fall ist es das Absitzen von einem Gefährt oder einem Fahrzeug der Nationalen Volksarmee, denn der Rüdiger Paul war Ende der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre bei der NVA gewesen. Und Absitzen, das ist ein Begriff, der ihn heute noch bis in den Traum hinein wahrscheinlich verfolgt, denn es wurde ja ein Buchtitel daraus. Also ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir hier in Salzwedel sein dürfen. Schöne Stadt, lange Fahrt, alles prima hier. Der Hintergrund ist herrlich, man sieht es, man könnte sich gleich erfreuen, nicht nur an uns, sondern auch an diesen Bildern. Ich möchte ganz gerne vielleicht zum Buch Absitzen, als Verleger was Generelles sagen. Das Buch beschäftigt sich mit der Grenzsituation in der damaligen DDR und mit der Nationalen Volksarmee, weil hier in der Nähe von Salzwedel die Grenze auch verlief. Diese Grenze war ja nicht nur eine Grenze zwischen Ost- oder Westdeutschland, sondern eine Grenze zwischen der westlichen und, ich sage mal, östlichen Hemisphäre der Welt. Hier gab es den sozialistischen Block, den Warschauer Pakt oder das sozialistische Lager im Osten. Und dort gab es dann die NSW, haben wir es genannt, das nichtsozialistische Wirtschaftsausland, das war das kapitalistische Westeuropa, beziehungsweise die gesamte kapitalistische oder westliche Welt. Wir haben 40 Jahre, von 1949 bis 1989, die Mauer zwischen uns ertragen. Und ich muss sagen, zum Ruhm mit der deutschen und der deutschen Geschichte, ich war selber auch mit dabei in Leipzig und in Halle, haben wir diese Mauer damals mit unserer Moral, mit unserer Festigkeit und mit unserem Widerstand geschreddert. Ich sage mal in dem Sinne auch geschreddert, von dem Kopf her, wir haben sie einfach dann kaputt gemacht. Ich war sogar am 9. November in Berlin gewesen, 1989. Das Buch handelt darüber, wie war das, wie war es in dieser Zeit gewesen. Es war damals, war jeder junge Mann im Grunde genommen bei der NVA. Jeder junge Mann hatte eine Freundin, die mit dieser Zeit des Wehrdienstes oder der NVA-Zeit mitgelitten hat. Und das Buch beschäftigt sich natürlich mit einer Hauptfigur, die heißt Robert Pasch. Nichts Böses sollte er denken, es könnte der Autor sein oder auch nicht. Ich sage, es ist eine literarische Figur. Und dieser Robert Pasch, da geht es um Würde, Selbstwert, da geht es um Freiheit und Unfreiheit, da geht es um Kontrolle und Macht, da geht es um sich unterwerfen müssen und die Persönlichkeit sogar abgeben müssen. Es ist ein sehr dramatisches Buch und trotzdem ist es in einer sehr witzigen, satirischen Form geschrieben. Kontrolle und Macht sind ja harte Begriffe. Aber wie man damit umgeht mit Kontrolle und Macht, das wollen wir ganz kurz mal vorstellen. Ich würde jetzt darum bitten, Rüdiger, sagst du dir ein paar Worte. Du bist der Autor. Ja, ich möchte mich auch erstmal beim offenen Kanal hier in Salzwedel bedanken, dass wir uns hier einfinden konnten. Und ich möchte die Zeit hier nicht absetzen, sondern ich möchte dieses Buch vorstellen. Das liegt mir sehr am Herzen, da ich ja noch einiges vorhabe in den nächsten Wochen. Die Armeezeit war die eine Geschichte und die Entwicklung der Persönlichkeiten, die in diesem Buch eine Rolle spielen, ihre Rolle spielen, ist die andere Sache. Und zwar geht es hier um einen Bahnmitarbeiter, der schon als Benrich auf die Welt geboren wird. Der hat praktisch schon eine blaue Bahnerjacke an, der hat eine gehegelte Tschapka auf und schon einen Gürtel um und wird so auf die Welt geschleudert. Die zweite Person in diesem Buch ist ein Oberleutnant, der diesen Benrich nach einer Verfehlung zur NVA gebracht hat. Der diesen Benrich zum Fähnrich gemacht hat. Dieser Oberleutnant fehlt im Wehrkreiskommando und wird erwischt dabei und landet ebenfalls in dieser Kompanie. Und der dritte im Bunde ist der Robert Pasch, von dem ja schon die Rede war. Dieser Robert ist ein Freigeist, ein freier Mensch. Und er hat bislang kein Zwang erlebt in seinem Leben. Der ist, ja, er hat gelebt bis dahin. Seine Jugend war nun abgeschlossen. Er hat eine junge Liebe im Bauch. Und er landet eben mit Befehlsgewalt auch in dieser Kompanie und erfährt nun 18 Monate eines völlig anderen Lebens. Er ist auf einem ganz anderen Kontinent. Und Robert muss es lernen, das zu verarbeiten. Er muss lernen, sich damit zurechtzufinden und 100 Soldaten mit ihm. Weil es gibt kein Vorbild für diese ganze Geschichte. Der Robert, der kommt in Situationen, hat er im Leben nicht von geträumt. Und er muss mit diesen beiden, die ich vorhin erwähnt habe, den Fähnrich, den Bähnrich-Fähnrich und den Oberleutnant, muss er sich zwangsläufig auseinandersetzen. Und es sind wirklich die kleinen Dinge, die zählen und die auch das ausmachen, was das Stückchen Freiheit noch bedeutet. Auch für ihn und für die anderen Soldaten. Und immer wieder das zu beweisen und immer wieder das aufrechtzuerhalten, das ist eigentlich an den kleinen Dingen erklärt. Das ist eigentlich meine Geschichte, was ich eigentlich mitteilen möchte. Dass ein Mensch sich doch wehren kann und er kann absetzen. Der muss nicht da oben kleben bleiben unter der Decke und sagen, ich muss jetzt hier alles erfahren, ich muss jetzt alles tun, was verlangt wird. Das war auch nicht mein Sinn der ganzen Sache. Und ja, das ist jetzt hier in diesem Buch zwischen den beiden Deckeln. Rüdiger, wie lange hast du denn daran gearbeitet? Du bist ja nun schon etwas geläuterter, älterer Mensch geworden. Das sind ja nun fast 40 Jahre, doch 40 Jahre her mindestens, ja. Und es muss sich ja auch nicht nur geläutert, es muss sich auch gequält haben, beschäftigt haben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo du das herausgeschrieben hast. Du hast es ja nicht herausgebrüllt, das geht ja auch, wenn man eine Therapie macht. Ja, nicht der Mensch da. Und wie viele Jahre hast du daran gearbeitet an diesem Buch? Ja, ich muss sagen, die Zeit, die du jetzt beschrieben hast, die muss erst mal gelebt werden, um erst mal einen Überblick zu bekommen. Man kann das gleich schreiben, man kann das mit 19 Jahren schreiben, aber das ist was anderes, als wenn ich das jetzt wiedergebe. Ja, weil man muss das gelebt haben, diese Zeit, und man muss Beispiele finden, auch in der Jetztzeit, ja. Die gibt es ja nun schon wieder, ja. Es wird ja schon wieder fleißig aufgesessen, statt abgesessen, ja. Ich habe sechs Jahre daran wirklich geschrieben, recherchiert, mir Gedanken gemacht über die Figuren, über den Leidensweg, in Anführungsstrichen. Und, ja, dann nochmal ein halbes Jahr bestimmt im Verlag, die ganze Sache mit Lektorat und allen Dingen. Ja, dann der Andruck, dann nochmal ein Lektorat. Und so ist das Buch jetzt langsam in die Gänge gekommen und wird hoffentlich absitzen und andere Leute zum Lesen ermuntern, verleiten, ja, erfreuen. Wenn du jetzt heute auf den 18-, 19-jährigen jungen Mann zurückblickst, ja, der da in dieser großen Episode diese Hauptrolle spielt und der sich gegen diese Kontrolle machtsüchtigen Leute, die du beschrieben hast, dann wehrt oder wehren muss auch, weil er ja auch seinen Selbsterhaltungstrieb irgendwie in der Ort natürlich zum Teil gesteuert hat. Du bist aus einem ganz normalen, vernünftigen Zuhause gekommen und dann begann mit einmal der Tag der Musterung. Und da würde ich gerne mal darum bitten, dass du da so mal eine Seite vorliest, wie das war, wie du vom, ich sage mal, vom Regen in die Jauche gekommen bist in dem Sinne. Denn du konntest dir gar nicht vorstellen damals, was da auf dich zukommt und was da mit dir passiert. Man ist ja doch sehr unschuldig, sehr jung und ich sage mal auch sehr vertrauensselig und naiv mit den 19 Jahren. Und dann steht man mit einmal vor den Leuten, die die Uniform schon anhaben und die die Befehlsgewalt haben. Wenn du das mal vielleicht mal uns erzählen würdest oder lesen würdest. Die Vorstellung war natürlich gruselig. Da kam es von Freunden, von Kumpels, die schon gedient hatten, Älterer. Diese typischen Geschichten von der Musterung und von dort in der Kaserne, was da mit den Menschen angestellt wird und so. Also ja, darauf kommt es mir aber hier in dem Buch nicht unbedingt an, weil das kennen viele, das wissen viele, das ist so. Es war einfach so, wenn man aus einem Leben kommt, das bunt war, ja, bunt, das kommt auch hier öfters noch vor, weil dem Fenrich wird auch ein buntes Leben versprochen, ja, und er endet im Grau-Grün, ja, im Grau-Grün. Alles, was ihn umgibt, sind entweder Spanholzplatten, braune Spanholzplatten oder Sprelakartische und braun-grüne Fahrzeuge und angefangen vom Feldflaschenbecher. Du kommst aus so einem Leben, dein Zimmer zu Hause ist bunt, ja, da sind Poster an den Wänden, da tönt Musik, das ist Schrill, das ist einfach, ja, das Leben, ja, die Jugend, ja, da sind Freunde drin, da ist die Freundin da, man hat so seine Ideale, seine Idole, ja, den geht man nach und dann liegt plötzlich so eine graue Karte auf den Tisch, dann kommt der Vater dazu und sagt zu dir, die vergessen keinen. Und dann wird das Gefühl langsam mulmig, es wird ernst. Ich würde mal gerne eine Sache erzählen, wie das so mit der Vorladung, ja, der erste Versuch, die erste Berührung im Wehrkreiskommando zur Musterung. Nach der Abgabe seiner Vorladung setzte sich ein bürokratischer Prozess in Gang. Wie das Rädchen eines Uhrwerks begann sich eine ältere, uniformierte Genossin zu bewegen. Emsig robotete sie in einem blechernen Aktenschrank herum. Nach kurzem Klickern und Klackern hielt die Dame einen grünen, grauen Hängeordner in der Hand. Robert erinnerte die mechanischen Abläufe an die Personenwaage in der Bahnhofshalle. Der Akte wurde ein Fragebogen entnommen und in die Schreibmaschine eingespannt. Wie aus einem Stück gemeißelt, kamen dann die Fragen. Name, Adresse, geboren, am, in. Mit geschultem Argwohn wurde jede Antwort nochmals hinterfragt. Sämtliche Angaben klimperte die Schreiberin auf das welke A4-Blatt. Etwaige Unstimmigkeiten korrigierte die Soldatin emotionslos. Robert Andreas Pasch wurde sich seiner schleichenden Anonymität bewusst. Ganz deutlich empfand er die unsichtbar wirkende Kraft im Räderwerk dieser Ohnmacht. Nach einer knappen Einweisung forderte man Robert auf, die Sachen bis auf die vorgeschriebene Turnhose auszuziehen. Mit zehn weiteren Mustermännern hatte er Aus- und die Angetretenen glichen einer Turnerriege. Bewegung war nur nach Aufruf erwünscht. Gleichmäßig trotteten elf Geladene durch den Parcours der Musterstuben. Die gedrückte Stimmung wirkte durch hilflos angesetzte Witzeleien noch trostloser. Grüne, schwarze, weiße, blaue und rote Turnhosen schoben sich unbeholfen durch die Räume. Damit bekam die Szenerie einen sportlichen Akzent. Jedoch wirkten die jungen Körper wie ein Strauß verwelkter Herbstblumen. Durch vielfach verdunstenden Körperschweiß roch es bald nach dem dazugehörigen Blumenwasser. Der Achtkampf wurde mit der Blutentnahme, einer Urinspende und dem Wiegen gestartet. Es folgten das Vermessen der Körper, ein Sehtest, der Hörtest und die Lungenvolumenmessung. Im Anschluss daran wurde Robert beim Musterungsarzt vorstellig. Robert erkannte das Gesicht des Mannes sofort. Unverkennbar handelte es sich hierbei um Dr. Kumulus, den Frauenarzt von seiner Freundin Sira. Er war der Mensch, der Sira die Pille verschrieb. Sah so die ausgleichende Gerechtigkeit aus, von dem so oft die Rede war? Vor diesem Ehren galt es, die Turnhose fallen zu lassen. An der rechten Wand schaute wie durch eine geöffnete Luke Honni aus einem Bilderrahmen. Sandmännisch blickte er von oben herab. Robert setzte ein Stoßgebet in dessen Richtung ab. Bitte, Erich, hilf! Du bist doch in dem kleinen Land so etwas wie Gott. Wustekuchen, schien er zu sagen, denn dem Flehen folgte weder Wort noch Tat. Ein wenig Brüde war Robert schon. Es bereitete ihm Unbehagen, sich fremden Menschen nackt zu zeigen. Die Turnhose hing zum Greifen nahe über der Stuhllinie. Und er stand dem Frauenarzt in voller Blöße gegenüber. Verlassen kam er sich vor, wie ein Waisenkind. Was folgte, waren direkte Fragen nach Haut- und Geschlechtskrankheiten, sowie Untersuchungen der Leisten, des Bauchnabels und der Hoden auf Brüche. Robert genierte sich. Warum nur? Das wusste er selber nicht. Er hatte sich da dran gewöhnt. Fertig, Sie dürfen sich anziehen, hieß es. Schwanger war Robert jedenfalls nicht. Ja, da beginnt ja eigentlich schon so der Prozess ganz langsam, wie so stückweise Menschenwürde genommen wird. Ja, ich war ja selber auch zur Musterung. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich bücken musste. Und zwischen meinen Beinen sah ich da hinter mir, ich hatte nichts an, zwei Krankenschwestern stehen, die sich dann heftig amüsierten über meine Körperhaltung. Also ich kann das total nachempfinden, obwohl es vielleicht zehn Jahre vor deiner Zeit war. Ja, das war 1904, 1967 war das gewesen. Ja, da war ich zur Musterung. Der Werdegang des Robert wird ja dann so, wir wollen ja heute nur den Einstieg, und da wollen wir dann über das Heute reden, was man damit alles beginnen kann, und was wir machen werden, oder was du machen wirst. Das geht ja dann weiter. Es wird ihm erst mal, sag ich mal, über die Scham ein Teil seiner Würde genommen. Er ist jetzt mit einmal Soldat, oder soll es werden, und es wird sich alles in ihm sperren, das kommt ja aus der Geschichte heraus. Und dann geht das ja einen Schritt weiter. Ja, ich habe das mal so dann so für dich noch herausgesucht. Ja, sprachlos durch Schönheit heißt das, im nächsten Kapitel, wie da die Menschen dann Schritt für Schritt sozusagen umgebastelt worden sind, oder umgedübelt worden sind. Sie waren ja danach andere Personen nach wenigen Wochen und Monaten, wenn der Grundwehrdienst begann. Und das ist eigentlich mal interessant für heute, denn es gucken ja auch bestimmt junge Leute den offenen Kanal, und das sind alles Begriffe, die Sie vielleicht kennen, oder manches auch nicht und so, aber es ist heute doch ein anderer Vorgang, als der, der mal war. Ja, vielleicht sprachlos durch Schönheit, ja? Na ja, sprachlos durch Schönheit, in diesem Bereich geht es, geht es ja ums Aufsitzen, würde ich sagen. Und zwar aufs Aufsitzen auf einem Friseurstuhl. Das war ja die nächste Station dann vor dem eigentlichen Tag der Einberufung. Und das wurde so weit, wenn man schulterlange Haare hatte, wurde das so weit hinausgeschoben, wie es irgend ging. So. Also Rundschnitt, meinte die Friseuse. Schweigend hob er die Schultern und nickte. Umgehend begann das Haarschneidegerät, ihm den Kopf zu mähen. Robert stierte im Spiegel ein lebendes Fragezeichen an. Der Umhang aus Deteron erinnerte ihn an das körperlose Aussehen einer Stabpuppe. Dagegen verlieh ihm die um den Hals trappierte Kreppkrause etwas Feierliches. Wie selbstverständlich wurden Robert die schulterlangen Haare abgesäbelt. Und er hielt still. Bald würde es einen Hilfshippie weniger geben, schwieg er über sich selbst belustigt. Das finale Geklapper der Schere leitete seine Gedanken zurück in den Frisiersalon. Mit geübter Hand rasierte die Friseuse den Nacken und den Kotelettenflaum aus. Und ganz zum Schluss der Spiegel im Spiegel. So sah er also aus, das zukünftige Soldatenkopf. Weit gefehlt, denn selbst für den Haarschnitt gab es Vorschriften. Eingehüllt in eine Wolke Petralon verließ der Geschorene den Frisiersalon. Wohlbefinden sah anders aus. Ein Abschied ohne Freunde war für ihn bestenfalls ein Fortgang. Sein bester Freund schipperte mit einem Handelsschiff zwischen Gibraltar und Piraeus auf hoher See. Die beiden hatten sich bereits vor zwei Wochen verabschiedet. Dem Soldaten Späck gleichtunend, legten sie dabei den Termin für ihr Wiedersehen fest. Nach dem Krieg 18 Uhr im Krug oder doch eine Viertelstunde eher, falls man sich verspätet. So würde es sein. Dessen waren die Freunde sich sicher. Im Glas Biergeschäft, direkt neben dem Frisiersalon, gab Robert den Kumpels seinen Ausstand. Eine Feierlaune kam dabei nicht auf. Es gab nichts zu feiern. Nachdem er eine zweite Sojanka gelöffelt hatte, trank Pasch aus und zahlte die Zeche. Unweit der Ausgangstür, direkt an der Bushaltestelle, pausierte er neben den Steinsockel einer Schönheit. Nackt kam Robert sich vor, wie das bronzene Abbild dieser jungen Frau. Seit der Einweihung dieser Kaufhalle trotzte die Schönheit Wind und Wetter. Sie zog die Blicke der Wartenden auf sich. Es entspannen sich Gedankenbilder, welche die Wartezeit verkürzten. Mit der Zeit hatte sich auf ihrer Bronzerhaut eine Patina gebildet. Und so war sie einer von den Wartenden. In Roberts Bauch breitete sich ein Prüfungsgefühl aus. Denn die morgige Einberufung hielt einen Test bereit. Jedoch konnte ihm niemand sagen, welche Lektionen drankamen. Für diese Prüfung existierten keine Unterlagen. Auf jede Frage gab es tausend Antworten. Robert fragte die Schöne auf dem Protest um Rat. Sie blieb wortlos. Ihr Mund, der beim Guss einer Temperatur von 1100 Grad hatte, war bereits in der Urform erstarrt. Damit verhalf der Künstler dieser Frau zu zeitloser Schönheit. Es geht ja periodisch jetzt in deinem Buch. Es ist ja nur der Beginn. Wir werden dir das ganze Buch gar nicht vorstellen können. Dann müssten wir so etwa 18 Stunden lesen. Das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen ja ganz was anderes. Oder du willst was ganz was anderes. Du willst ja sozusagen die ehemalige Demarkationslinie Ost-West, das Grüne Band. Und wie man es beschreibt, denn eure Kompanie lag ja in der Nähe der Grenze und wäre beim ersten Schlag der kapitalistischen Gegner, sozusagen der Bundeswehr oder der Amerikaner, wen auch immer, wahrscheinlich sofort zermalmt und vernichtet worden. Das war sozusagen das Futter, um dann die West nicht Alliierten, sondern die westlichen militärischen Kräfte zu stoppen. Wir hatten ja damals einen antagonistischen Widerspruch, also einen nicht vereinbarenden gesellschaftlichen Widerspruch zwischen Ost und West, der einfach wie Feuer und Wasser war und der sozusagen auch in Feuer und Wasser gehalten wurde durch die Armeen, durch die Macht und durch die Ideologien. Jetzt hast du erstmal dein schönes, buntes Kinderzimmer verloren. Jetzt hast du deine Haare verloren. Und wie ging das denn nun weiter? Was hast du danach dafür gekriegt? Zum Beispiel jetzt in diesem dritten Abteil, den wir dann mal vorstellen. Dann kommen wir ja langsam an den Punkt ran, was vielleicht heute zu tun wäre. Ja, der Klinke, sprachlose Schönheit ist jetzt, ja, nicht? Und mit dem nur die Sache dienen Wort Stolz. Was habe ich jetzt bekommen? Jetzt habe ich den Einstellungsbefehl bekommen, mich dort einzufinden, auf dem Bahnhof schon mal und dann in der Kaserne. Das war ja alles auch, das war ja alles organisiert, ja. Man kam da mit seiner, da war schon festgelegt, was man für Schuhe anhat und welche Tasche man mitnimmt und wie viel Gepäck und was da drin sein darf. Und so ging man so ein Stückchen vom Vorarm noch benebelt durch die Gassen und Straßen, die einem bekannt vorkamen, zum Bahnhof mit einem sicheren, mulmigen Gefühl. Die Zugfahrt dann zur dementsprechenden Kaserne, ja, und dann wurde es langsam ernst. Dann fuhren LKWs vor, dann durfte man da drauf springen, drauf klettern und ja, dann ging es... Aufsitzen, ja, aufsitzen, genau. Aber das hieß ja damals noch nicht so, ja, das war ja noch zivil. Und dann ratterten die bis vor die Kaserne und ja, die Arschbombe ins Panoptikum. Das ist jetzt die, ja, die Geschichte um die Ankunft, um die Niederkunft. Gerade noch im Zugabteil und kurz darauf schon auf der Ladefläche eines armeeigenen LKWs. Robert spürte den Sog der Kaserne. Vor dem Schlagbaum hielt das Fahrzeug an. Durch einen Seeschlitz in der Plane sah Pasch über die graue Fellmütze des Fahrers hinweg. An der Einfahrt zur Kaserne wurde die Schranke geöffnet. Der Mannschaftstransporter überfuhr die Trennlinie zwischen Zivil- und Militärleben. Wie sich herausstellte, ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer Rückschritt im Leben eines Menschen. Ab sofort lag das, was auf den Rekruten zukam, nicht mehr in seinen Händen. Das plapperte W50-Motorengeräusch verstummte. Blechern krachte die Planke vom Laderaum herunter. Die Neuen kauerten auf der Kante der Ladefläche wie vor einem Fallschirmsprung. Robert hielt die Spitzen seiner Jesuslatschen schräg nach unten über den Rand. Der große Zeh des rechten Fußes reckte sich vor, als wolle er am Ostseestrand vorsichtig das Wasser erkunden, um festzustellen, ob man heute baden kann. Kalt und aufgebracht war die See, das ahnte er, ohne es zu wissen. Absetzen! Er scholl das erste trockene Kommando auf freiem Boden. Übersetzt hieß es, Spreng! Seit dem Zeitpunkt redete man leise und empfing lautstarke Befehle. Ohnmacht sickerte in Pasch ein. Man forderte nicht von ihm. Man nahm, und das ganz selbstverständlich. Sie griffen zu, bedienten sich seiner Person wie in einem Konsum. Schwer zu beschreiben, was es ausmachte. Es war die Art der Behandlung und des Umgangs mit den Einberufenen. Unter Dauerbeschallung und mit entsprechendem Nachdruck gelangten die Neuen in eine Sporthalle. In dieser Halle stellte jeder Rekrut eine Persönlichkeit dar. Alle hatten ihr privates Leben, ihren Stolz und ihre kleinen Geheimnisse. Wie Robert waren die jungen Menschen heute aufgestanden, hatten sich im Spiegel betrachtet. Dieses Gesicht galt es zu wahren. Ein hoher Anspruch, wenn man von der ersten Sekunde an schiganiert und angebrüllt wurde. Unentfliehbare Öffentlichkeit war es, mit der es gelang, den Neuen zu zeigen, wohin der Weg führte. Ihnen zu verdeutlichen, dass es aussichtslos war, sich dem zu widersetzen. Mehr und mehr würde man vor vollkommen fremde Personen durchsichtig. So gut es irgend möglich war, versuchte jeder, sich zu erhalten und gleichzeitig dem Geforderten gerecht zu werden. Brüllen, anschreien, Gewalt durchscheinen lassen, für alle höher, fühl und sichtbar. Wie ein Schattentheater. Dessen Akteure sah man zwar auf der Mattscheibe, doch wer dort stand, blieb dem Auge verborgen. Was war das? War das hier der unendliche Faden, aus dem die älteren Kumpel ihre Armeegeschichten webten? Hier ging was nicht mit rechten Dingen zu. Stellte dieses uniformierte Panoptikum tatsächlich den Beginn des Ehrendienstes dar? Tja, das war so die Frage für mich. Wir können ja dann an der Stelle auch weitergehen und den nächsten Abschnitt dann lesen. Das wäre die fein gerippte Mumie, ist das richtig? Ja, das geht noch mal um die Dinge des täglichen Bedarfs. Das ist der tägliche, was dann dein Besitz, dein Eigentum war es ja nicht. Eigentum ist ja etwas, was man wirklich hat. Und ein Soldat besitzt was, ja, nicht? Er besitzt die Waffe, er besitzt das und das, die Uniform. Ja, lies das mal vor, wie das Soldatsein dann im Alltag dann sozusagen bekleidet worden ist. Jetzt hat er vorher ausgekleidet worden. Nur, da steht ja weniger drin, es geht ja mehr um meinen Besitz. Mit dem nur der Sache dienenden Wort Stolz, werten Kollegen zu Soldaten. Sie erhalten scharfe Waffen aus Arbeiterhand. Zur Vereidigung übergibt ein Mitglied der Kampfgruppe den angehenden Kempen seine handwarme Kalaschnikow. Der Rekrut bekommt sie in die Hand gedrückt und schwört darauf seinen Fahneid. Seine Gedanken schwören um all die Floskeln. Nach dem Blick in die Freiheit schaute Robert wieder nach vorn, direkt in den Spind. Und er begann, sein persönliches Eigentum aufzulisten. Also als Freiheit war die damalige Tageszeitung gedacht. Darin waren seine Schuhe eingewickelt, seine Ausgangsschuhe. Und die hatte er sich nochmal betrachtet und hat dort das tägliche Leben gesehen, wie Bauern Erntekapitäne über die Felder rasen und wie Milchproduktion gesteigert wird und Chemieanlagen Bestleistung bringen. Und nach diesem Blick schaute er wieder nach vorn in seinen Spind und sah seine Freiheit, sein Besitz, sein Gut. Und das waren zwei Vorhängerschlösser und je zwei Schlüssel. Ein paar Ausgangsschuhe, einmal Briefpapier, zwei Kugelschreiber, ein Druckbleistift, eine Armbanduhr, eine schwarze Schulmappe, ein Buch. Einmal Besteck und Bestecktasche, eine Zahnbürste, ein Rasierer, ein Stielkamm, eine Nagelschere, drei Taschentücher, ein braunes Adressbuch, ein Portemonnaie mit 130 Mark, 56 Inhalt, ein Passbild und vier Urlaubsfotos von Sira und ein Taschenkalender. Nicht viel, wenn man bedachte, was gestern noch zu Roberts Haushalt gehörte. Neben den hier aufgeführten Gegenständen gestand man jedem Soldat ein Geheimnis zu, das Wertfach. Diesen Begriff kannte man aus Krimis oder von der Sparkasse. Der direkte Rückzugsraum hatte das Format eines Schuhkortons, 30 x 15 x 60 cm. Die Rekruten bekamen gesagt, dass niemand in Abwesenheit das Recht habe, diesen Holzimitat safe zu öffnen. Das Fach gehörte zum erweiterten Intimbereich des Soldaten. Ein Vorhängeschloss sicherte die Privatsphäre. Wie ein Keuschheitsgürtel vermittelte es dem Eigentümer zwar Sicherheit, gewisse Zweifel blieben aber dennoch. Vielleicht wäre das Schloss vor dem Hosenschlitz eines Vorgesetzten besser aufgehoben. Der Privatbereich war vor dem Betreten der Kaserne so groß wie die Unendlichkeit der Gedanken. Aber Robert fand keine Zeit mehr, Werte zu vermissen. Die Abläufe ließen seine Wünsche verstummen und es ging um mehr. Um den Kampf für den Weltfrieden zum Beispiel. Alles drehte sich darum, den Kopf oben zu behalten. Ich würde mir wünschen, dass du die fein gerippte Mumie jetzt gleich noch mit anschließt. Das ist noch eine Seite, die das noch ein bisschen vervollkommnet. Also die fein gerippte Mumie schnellen kurzen Schrittes begaben sich Lehrer Vierton und Schlosser Pasch auf ihre Stuben. Also die waren vor dem zum Revierdienst auf der Toilette eingeteilt und standen recht hilflos da mit zwei stumpfen Messern. Dort Urinstein abschabend war ja nicht, war vor dem ersten Tag nicht gerade das, was man sich vorgestellt hatte. Und nun war es so. Und dann kam aber schon der Stubendurchgang. Dem mussten sie auch beiwohnen. Und so kamen sie etwas zu spät und begaben sie schnellen Schrittes auf ihre Stuben. Es war höchste Zeit, in den Schlafanzug zu steigen, um die neu angelegten Beete mit Wäschepäckchen im Schrank zu offerieren. Folgende Situation verdeutlicht recht anschaulich den Vorgang des Lernens. Mit zugeknöpften Schlafanzügen bekleidet, stand jeder um 21.40 Uhr vor dem geöffneten Spind. Weil der Ufts es verlangte, hatten die Springer ihre Soldatengute eine Stunde lang gewienert. Aus heiterem Himmel erschien ein Feldwebel im Türrahmen. Auf der Stelle brüllte ein Soldat, Achtung! Neun junge Männer strammten ihre übermüdeten Körper. In der Erstarrung hinein meldete der Stubenälteste lautstark, Genosse Feldwebel, Stube 311, angetreten! Stube wurde gelüftet und gereinigt. Zum Stubendurchgang bereit. Es meldet Soldat Hülsensack. Danke, rühren! Befall der Feldpieps und näherte sich dem ersten Spind. Der Vorgesetzte schaute den derzeitigen Mieter dieses Schlafzimmerschrankes scharf an. Etwas verzögert brüllte Roberts Spindnachbar, Genosse Feldwebel, Spind des Soldaten pünktlich! Dann erst zog der Webel blank. Ohne in den Normenschrank geschaut zu haben, verzog der Diene tot sein Gesicht zu einer übelsten Fratze. Er holte tief Luft und kröelte den übermüdeten Neuling an. Gefechtsschlampe! Auch dieser eindeutigen Ansprache folgten reflexartige Bewegungen. Mit der rechten Hand erfasste er die Oberkante des Schrankes und kippte ihn von über, bis sämtlicher Inhalt vor dem Spind lag. So, dass bündlich einräumen! Aber ordentlich! Horror! War des Feldwebels bitterstumpfe Ansage. Zu Roberts Glück entdeckte der Nerventod im Winkel der Stube einen weißen Riesen. Der lange Hohn hatte es nicht in seinen Schlafanzug geschafft. So stand er mit langärmiger Unterwäsche da. Ein weiß-graues, fein geripptes Gipsrelief. Und was sind Sie für eine Mumie? Fragte der Stubenkontrolleur den noch immer stramm stehenden Hohn. Genosse Feldwebel, spinnt der Soldatenhohn, antwortete er. Alarmpäckchen vorzeigen, rührte es einsilbig aus dem Feldwix heraus. Der noch immer in weißer Rippwäsche gekleidete Hohn verstand es engelsgleich und dennoch exakt die Bude zu queren. Blinklings steuerte er auf seine Schlafstadt zu. Vor jedem Doppelstockbett standen zwei schlichte Hocker. Sie dienten keinesfalls als Nachtschränkchen. Im zivilen Leben befand sich auf einer Ablage neben dem Bett, Meister Wecker, lag ein Buch oder bei den älteren Herrschaften das Glas mit den dritten Zähnen. Hohn stand am Schemel und präsentierte mit einer holprigen Meldung sein militärisches Aufbauwerk. Den Hocker sollte das sogenannte Alarmpäckchen krönen. Laut Dienstvorschrift hatte die äußere Form der abgelegten Unterwäsche zweier übereinander gestapelter weißer Pappkartons zu ähneln. Geometrisch exakt hatten deren Kanten mit der Sitzfläche des Hockers abzuschließen. Der am Bettrahmen ausgerichtete Schemel bot dann einem paar blitzblankgewienerten Stiefeln ihren Unterstand. An seinem Päckchen angelangt, stellte der lange Hohn dieses Gepäck dem Webel vor. Alarmpäck, das Soldatenhuhn! Der Feldwebel sah, was er sah. Selbst vor Robert als Neuling hatte der Ausbau etwas von einem zerlaufenden Kammbeer. Schlaff hing das angeraute Rippgewebe über die Hockerkanten. »Hohn! Hohn! Sie sind der blanke Hohn!« Knallrot vor Rage schnappte sich der Unteroffiziersdienstgrad den Schemel und schmiss ihn gut entbrannt um. Die Wäsche lag unterm Bett. Die Stiefel standen wie eine Eins. Socken dampften in den Stiefelschäften munter vor sich hin. Der Feldwebel verdampfte brodelnd. Hohn scharrte die Wäschestücke unterm Bett vor, stellte den Hocker auf und fragte in den Raum hinein, »Wer verdammt setzt uns solche Vorgesetzten vor?« Gewiss hatte der Feldmann bereits heute Morgen verinnerlicht, dass die Frischen in 18 Monaten wieder zu Hause sind. Er jedoch würde die folgenden Jahre weiterhin ungestüm durch die Soldatenstuben toben müssen. Im Bett liegend schlugen hinter Pasch seinen Augen sämtliche Türen zu. Die Zimmertür zu Hause, die Badtür, die Küchentür, die Wohnungstür, die Briefkastentür, die Haustür, in der Willi, die Pendeltür an der Bahnhofshalle, die Waggontür, die Abteiltür, die Speisewagentür, die WC-Tür, die Hosenstallreißverschlusstür, die Mitropatür, die Bahnhofspendeltür, statt Tür eine LKW-Planke, ein Schiebetor, eine Schranke, eine LKW-Planke, die Doppelflügeltür, eine Sporthalle, die Tür des Bataillonsgebäudes, die Soldatenstubentür, die Spintür, die Wertfachtür, die Kompanietoilettentür, die Klotür, die Waschraumtür, die Stubentür, die Spintür, die Speisefachtür und nochmal die Spintür. Nur seine Kopftür wollte nicht zugehen. Unzählige Gedanken sperrten sich dagegen. Zu voll war dieser heutige Tag. Der UVD rief mit Verspätung in den hallenden Flur. Kompanie, Nachtruhe, Licht aus! So, das war der erste Tag, der erste Abend. Ich finde, das ist wirklich so eine gelungene Abrundung, an der wir vielleicht das Gespräch weiterführen über dein Vorhaben. Mich hat es jetzt erst erinnert an Hermann Hesse, das Öffnen und Schließen von Türen, um neue Räume zu betreten. Und der Mensch betritt ja neue Lebensräume, neue Umstände kommen ihm entgegen, veränderte Umstände, Verhaltensweisen, all das. Und es vergeht natürlich Zeit, es vergeht natürlich Geschichte. Und wir haben ja gesagt, als du das Buch Absitzen gemacht hast, eigentlich sollte man im weitesten Sinne Absitzen so verstehen, loslassen, Absitzen nicht mehr zufassen, nicht mehr mitmachen, sondern einfach auch bis hin zum Kapitulativen, also zum Kapitulierenden Moment, dass man sagt, wir haben jetzt sowas alles schon mal gehabt. Wir hier in Magdeburg, Halle, im Osten, wir haben das gehabt. Damals war das ein großes Regiment gewesen, was in der Nähe der Grenze stationiert war. Ich denke an die vielen Jahre der Angst vor Krieg und alles sowas, ja. Und jetzt meine ich, hast du ja eine ganz tolle Idee, indem du sagst, eine Idee, das ist ja zum Teil schon materiell, von Schlutup so in etwa bis runter nach Hof an der Grenze, das grüne Band langzufahren mit einem Wohnmobil oder mit einem Bauwagen, ich weiß nicht genau, was du vorhast, mit Autos, auch mit Familie und mit Freunden und Lesungen zu machen aus diesem Buch über diese nationale Volksarmee, über diese kriegerische Zeit, die voller Gebrüll, voller Angst, auch voller Hass, muss ich auch sagen, ja, es war ja so, man hatte ja diesen antagonistischen, diesen Widerspruch gehabt, wir hatten die Welt in Ost und West geteilt und was möchtest du da so in Einzelnen tun? Du hast ja von mehreren Lesungen gesprochen, Orten, die du besuchen möchtest, vielleicht kannst du darüber mir noch was erzählen, bevor wir sagen können, wir entlasten dann unser Publikum danach und sagen, hört mal, es kommen ja noch mehr Lesungen, es kommen ja immer noch Lesungen aus diesem Buch, denn wir wollen ja nicht alles verraten, was da passiert, nicht? Und die große Geschichte ist ja noch eine ganz andere, es geht ja um Freiheiten in diesem Buch, ja um die Freiheit einfach von Entwürdigung, von Bändigung, von Zensur, von Kontrolle, von Macht und so, das ist dein großes Buch. Und dieser junge Mann will eigentlich nichts weiter als sein Leben leben, er möchte eigentlich zufrieden damit sein und sich freuen drüber. Und heute könnte man in deinem Alter einfach diese Spur nachgehen, das grüne Band nachgehen und sagen, so war das mal hier in der Nähe oder hier. Naja, man könnte auch... Wie ist das jetzt? Was machst du vor? Sprich, deswegen sitzen wir im Salzbete. Man könnte auch sagen, diesen Weg weitergehen, ja, und sagen, schau her, das bin ich heute, ja. Die Zeit ist sicher weitergegangen, ja, und die Zeit, die Orte und die ganzen Gegebenheiten haben sich verändert, ja. Und was ist von mir geblieben, was ist, ja, was ist passiert in der Zeit, ja. Nun ist ja hier eine ganz gewisse Zeit nur beschrieben und meine Vorstellung, die ist nicht so bunt, wie du das jetzt geschildert hast, mit dem Bauwagenfamilie und allem. Ach so, oder Wohnwagen, ja. Nee, das wird so sein, dass ich am 29.04. in Schlutup an der Ostsee eine Tour starte, entlang des grünen Bandes. Und zwar wird das so ablaufen, dass ich mit dem E-Bike, ja, nicht Fahrrad, starte und unterwegs jetzt von Schlutup bis nach Hof an der bayerischen Grenze zwölf Leseorte klargemacht habe. Ja, ich muss sagen, der Grenzweg war der eigentliche Anfang. Den Grenz, ich bin mal den Jakobsweg gelaufen, 700 Kilometer und allein und habe, da ist auch ein Buch entstanden, und dann, als ich das erste Mal von diesem grünen Band gehört habe, war mir klar, den Weg gehst du mal. Und nun hat sich das eine mit dem anderen gefunden, das Buch passt thematisch und mir kam die Idee, einfach mal Büchereien, Grenzmuseen und so anzuklingeln, ob Bedarf besteht, ja, diese Sachen wahrzunehmen. Und es gibt auch in dem Buch einen Soundtrack, der ist hierhin angefühlt mit zwei Seiten. Da sind Musikstücke aus der Zeit drin, von Stern Meißen über Frank Zappa und alles, Beethoven und alles, was mich auch in dieser Zeit nach vorn gebracht hat, bewegt hat. Da sind natürlich auch Pionierlieder dabei. Und aber was so wichtig ist, du hast es gerade gesagt, Soundtrack hier, Reichsbahnblues, ja, dann Mustafa, Mr. Postman, also die Queens, Rolling Stones, Jimi Hendrix, das war ja diese Zeit, was war das? Dann kommt aber noch was anderes, was auch so schön ist, das Glossar dazu, und dass den Menschen mal erzählt wurde, was waren das nicht nur für eine Zeit, was waren das für Begriffe, ja, nicht, BA-Bulle, Bau, Bemusterungsbescheid, Broschwien, ja, das war der Teufel, DAX-Dingsbuch, Dienstgrad, Dingsjahre und das Kleine und das Große Land. Das sind alles so auch sehr viele Begriffe drin, die sagen, wie damals die Zeit funktioniert hat, wie die Abkürzungen waren und was eigentlich davon geblieben ist, von den Menschen, was heute das Grüne Band ist, damals war das, wie gesagt, eine unüberwindbare Grenze. Ich kann das sogar beweisen und zu mir selbst gesagt, ich war ja jemand, der 1962 versuchte, über die Mauer in West-Berlin, in den Westen zu türmen, dorthin zu kommen. Ich wurde festgenommen und wurde zwei Tage später in ein Heim eingewiesen. Das heißt also, es war eine unüberwindbare Grenze gewesen, das war Ost-West gewesen und das war eine festbewachte Grenze und dahinter stand die Nationale Volksarmee, dahinter stand die Sowjetarmee, die Russen, wie wir heute sagen, und es stand sich ein riesiger Block auch von Vernichtung gegenüber. Und heute haben wir Frieden und wir hoffen, dass der Frieden uns erhalten bleibt, denn wenn man dieses Buch liest und überlegt, wie weit Gewalt, Befehl und auch Abgeben der eigenen Persönlichkeit getrieben wird, genau wie wenig das wert ist mit einmal, wenn man das unter der Kuratel eines Befehls oder irgendwas so kommt. Und das liest du dann vor, das Buch, wie gesagt, ist doch sehr umfangreich, es ist ein relativ dickes Buch, es hat so 270 Seiten, es ist ein Roman. Wichtig wäre, mein persönlicher Mittelpunkt dieser Tour wird, wie vorhin schon erwähnt, der Point Alpha sein und damit auch das von Ulrich Barnecke, der von Ulrich Barnecke geschaffene Weg der Hoffnung, weil genau das, was ich ausdrücken, in dem Buch ausdrücken möchte, genau das dort bildhaft dargestellt ist, in diesen meterhohen Skulpturen aus Stahl, die sich an genau das, was hier drin steht, anlehnen. Man sieht dort Stahlhelme, man sieht dort Zirkel und Hämmer und man sieht Gepeinigte. Das möchte ich natürlich erwähnen, dass dieser Weg genau das widerspiegelt und mich wirklich anhoffen lässt, in all dem, was derzeit passiert und in all dem, was der nächsten Generation wieder fährt. Aber ja, es geht ja immer weiter, es geht weiter. Rüdiger, herzlichen Dank. Ich wünsche mir, dass die Leser und Zuhörer einen Eindruck bekommen haben von deinem Vorhaben, von deinem Buch vor allem. und es war erst mal nur ein Anfang und ein Beginn für eine Zeitreise, die du vorhast. Kleines Abenteuer. Von der wir wahrscheinlich noch mehr hören werden. Wie gesagt, absitzen. Ja, dieses Buch gibt es im Öffentlichen auch ganz gut zu erreichen und zu kaufen, wenn sie es wollen und wünschen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuschauern, na, ich schaue mal hier so rein, ja, des öffentlichen Kanals Salzwedel. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du, dass wir zusammen heute hier das organisieren konnten und dass wir so in, so wieder mal lockerer Runde uns unterhalten können. Natürlich möchte ich auch mich bei den Mitarbeitern des offenen Kanals bedanken und hoffe, dass es den Zuhörern, Zuschauern Freude bereitet, vielleicht mal eine Lesung zu besuchen und dann bin ich gespannt auf das Abenteuer. Dankeschön. Schönen Dank. Schönen Dank. So, zum Schluss trinken wir immer das Wasser aus, ja, damit man nicht als Verschwender erscheint.